Yo Hudson da draußen, ich bin grad mit Smokey im Studio, er ist grad vorbeigekommen. Wir haben schon den ersten Track geschrieben fürs neue Album, fürs Remake von dem unveröffentlichten Album. Zu hart für den Markt wird es jetzt endlich kommen. Wir haben zwei Tracks von den alten Sachen übernommen, den Rest haben wir schon auf Unrelease-Sachen rausgebracht, wird auf tiefster Untergrund noch was rauskommen. Wir machen lieber ein ganz frisches Album für euch, damit es auf den Stand der Dinge ist, damit die Technik gut ist, damit es nicht alt abgefuckt wird. Hört ihr den Beat? Sehr guter Beat. Ihr seht hier meinen Text, so schreibt Blocken uns da seine Texte, so werden die aufgegliedert. Hier. Und das hörts schon etwa so an? Vielleicht. Wenn ich pfeife, dann rennst du pfeife besser um dein Leben. Oder willst du wirklich mit den Kugeln reden? Und es regnet wieder Kugeln. Yeah! Was Stimme verstellen. So einfach geht das. Yeah! Yeah! Das ist das Zeichen, das der Trupp anrückt. Es wird gefährlich, auf den Straßen ist der Mob im Block. Deine Clique wird geboxt. Ja? Nichts verschneiden, nichts PC hin und her. Einfach wenn ich will! In deine Fresse! Du Bastard! Yeah! Yeah, yeah! Alles klar bei euch. Raucherpause und dann aufnehmen. Zu hart für den Markt. Das wird fresh gemacht, das Album. Ihr wisst ja, beim ersten Versuch hatten wir ein paar Probleme. Aber diesmal dürften die wegbleiben, auf jeden Fall. Komplett aufgearbeitetes Album, ja? Komplett. Wie viele Tracks übernehmen wir? Zwei? Zwei. Von einer Doppel-CD werden zwei Tracks genommen. Zwei Tracks werden genommen. Aber dafür wird es nur Crème de la Crème sein. Also das Warten hat sich dann definitiv gelohnt, wenn es dann am Start ist. Sehr gut, sehr gut. Du musst gleich noch mal deine Kette zeigen, deine neue. Hm. Wow. Neues Album, neue Kette. Ja, Mann. So fängt es ja gut an, halt. So fängt es gut an. Hammer. Zeig mal auch mal. Mal kurz mit ein bisschen. Wenn ich pfeife, kommen meine Jungs aus den Blocks, aus den Gassen, aus dem Untergrund. Fragen nicht, was ist los, sie legen gleich los. Toys müssen rennen, meine Gang, gebt ihr den Gnadenstoß. Und für den Rest müsst ihr das Album kaufen. Ab ins Grab, wenn ich pfeife, kommen meine Jungs aus den Blocks, aus den Gassen. Aus dem Untergrund, fragen nicht, was ist los, sie legen gleich los. Toys müssen rennen, meine Gang, gebt ihr den Gnadenstoß. Wenn ich pfeife, dann rennst du pfeife besser um dein Leben. Oder willst du wirklich mit den Kugeln reden? Und es regnet wieder Kugeln in dem Viertel, wo die Sonne immer scheint, wirst du verbluten. Pro Pfiffen gibt es einen Blutregen, ein Pfiff. Und wir holen dich zwei Pfiffe und du wirst gefickt, drei Pfiffe. Die ganze Gang ist da, vierter Pfiff. Ab ins Grab, ein Pfiff. Und wir holen dich zwei Pfiffe und du wirst gefickt, drei Pfiffe. Ja, erstes Ding im Kasten. Bam, Alter. Bam, Alter. Ja. Bam, 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 bam. Wenn du sowas sagst, dann muss ich doch auch hier. Ja. Einen kleinen Vergleich, ha? So groß wie der Kopf, ey. Smoky wollte mich wissen. Nein, die Damen hängen auch von dem Tief. Passt sogar. Passt, Hammer. Guter Track. Hit geworden. Also, wenn es so weitergeht. Wird böse, ja? Ja, Deutschland soll sich warm anziehen. Noch wärmer, als es jetzt ist. Okay, ich glaube, wir gehen was essen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.